Musik 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 Mein liebster Sportgerät ist die Luftpistole, die ich in den Händen habe, weil mit dieser komme ich am besten ins Gang. Musik Musik Mein grösster Erfolg war sicher, dass ich den Schiezermeistertitel 50 Meter Freitpistole holen konnte und dass ich auch erste Erfahrungen an der Weltmeisterschaft machen konnte. Musik Musik Mein primär Ziel ist die Olympiade 2020, das ist ganz klar. Und jetzt würde ich halt sicher mal eine gute Lehrabschlussprüfung machen können und nach der Lehre würde ich dann ein bisschen formiert auf den Sport setzen, dass ich das Ziel auch wirklich erreichen kann. Musik Von Schiessen allein kann man einfach nicht leben, aber das Ziel ist sicher mal so 50-50 Prozent, das wäre mein Ziel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020